JFT, just fair and direct. Ich bin wach geworden und dachte, ach du meine Nase, wir haben dann doch nun Angriffe seitens Russland in der kompletten Ukraine. Die Märkte sind auch erstmal gen Süden unterwegs. Der Goldpreis ist nach oben gelaufen, der WTI-Preis ist über 100 Dollar. Das war gestern schon im Laufe des Handelstages. Wir hatten ja immer wieder mit der Abwärtsseite spekuliert und darüber gesprochen, dass man hier etwas vorsichtiger sein muss mit der Long-Seite. Wir werden das Ganze uns jetzt gleich mal anschauen. Etwas verkürzt, nicht so wie gewohnt, aber ich wollte trotzdem für euch jetzt mal was zur Verfügung stellen, um jetzt mal die Situation ein wenig einzufangen, einzunorten, zu schauen, okay, wo liegen da wichtige Bereiche? Mal gucken, was so passieren kann. Bevor wir das tun, wie gewohnt an der Stelle erstmal der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups, von mir gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, ja, sondern definitiv nur als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switchen wir mal direkt auf die Livestream-Seite und wir switchen natürlich auch erstmal auf die aktuellen Headlines, die sich hier so zeigen. Russland greift Ukraine an. Das ist die Headline, die sich quasi heute Morgen hier zeigt und das, was mich heute Morgen auch direkt erstmal angesprochen hat. Man hat wohl in der kompletten Ukraine Explosionen, ja, mitbekommen und ich kann jetzt auch natürlich nicht so viel zu der Situation sagen. Ich lese auch nur das, was ich hier lese und somit möchte ich jetzt direkt mal auf die Märkte gehen und mit euch zusammen das Ganze dort einfangen. Wir haben die Märkte schon am Laufen. Es ist somit so, dass quasi jetzt, ja, nichts erstmal pausiert. Der US-Dollar, der DAX, alles ist schon am Laufen. Wir sehen aktuell den DAX im Bereich unterhalb der 14.000er Marke laufen im Bereich um die Marke 13.930. Wir waren zwischenzeitlich auch schon unter der 900er Marke. Also wir sehen erstmal definitiv Abgaben für den heutigen Tag. Wenn wir uns das Ganze mal ranzoomen und das Ganze mal anschauen, sehen wir diese große rote Kerze jetzt hier auf der Abwärtsseite. Also ordentlich Dampf auf dem Kessel. Gestern war es noch verhalten, lief der Markt eigentlich so, wie wir uns das dachten. Wieder in die Unterstützung rein. Short-Gedanken waren gestern quasi kreiert. Also wir hatten gestern einen Schlusskursbereich um die Marke oberhalb der 14.400er Marke und sind jetzt quasi aus diesem Bereich schon mal 600 Punkte. Pi mal Daumen 600 Punkte abwärts. Jetzt sind wir aktuell schon wieder 50 Punkte tiefer. Also wir sehen, dass der Markt sehr, sehr volatil ist heute und entsprechend sich auch höchstwahrscheinlich über den Tag recht volatil hält. Allerdings muss man darin sagen, man muss jetzt erstmal schauen, wie sich die Situationen, wie sich die Headlines weiterentwickeln. Sanktionen, was kommt nun alles, wie reagiert der Westen auf diese Angriffe, wie geht es vor allem dort weiter, wie sind wirklich die Angriffe vonstatten gegangen. Und so wie ich es in den letzten Tagen schon gesagt habe, wir werden jetzt ein paar Tage, höchstwahrscheinlich große Spekulationen, ihr wisst das, aber höchstwahrscheinlich werden wir jetzt ein paar Tage großer Unsicherheit sehen und wenn wir jetzt mal auf den Chart schauen, kommen wir zum Beispiel charttechnisch jetzt fast auf die Hochs vor der Corona-Pandemie-Krise-Abwärtsbewegung auf. Und das sind schon mal charttechnisch wichtige Punkte, beziehungsweise wenn wir uns das im Groben jetzt mal anschauen, und mein Zeichenwerkzeug ist noch gar nicht offen, Moment, das muss ich erst mal machen. Und so, wenn wir uns das im Groben jetzt mal anschauen, haben wir quasi, Moment, 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 Zeichenwerkzeug rüber geschoben, hier bin ja unterwegs, habe jetzt so einen Bildschirm da und zack, also hier ist das, wo wir aktuell sind, brauche ich eigentlich gar nicht rüberziehen, sind die Corona-Hochs und dann ging es dort abwärts, ja. Und dann haben wir danach im Bereich um die Marke 13.000, etwas da drüber, es ist im Groben, ja, 13.300, ich ziehe das mal rüber, das ist so dieser Bereich, diese Area hier, ist jetzt wieder nur ein Strich, aber diese Area hier, im Groben war eine ganz lange Zeit Widerstands-Area, relativ markant. Und ich denke, dass jetzt aufgrund der Situation, wir müssen erst mal definitiv mit höherer Volatilität erst mal rechnen, aber dass dieser Bereich durchaus jetzt erst mal ein Kernunterstützungsniveau rein schartechnisch darstellen kann. Man kann natürlich in solchen Situationen jetzt, die wirklich, ja, eskalativ sind, muss man so sagen, das, was keiner gehofft hat, aber wir immer schon davor gewarnt haben, das kann passieren, bitte nehmt es nicht auf die leichte Schulter, vor allem eben Long-Positionen ohne Stop und so, das hatten wir ja alles besprochen, da möchte ich jetzt natürlich auch gar nicht mehr großartig drauf eingehen. Was können wir somit machen? Wer Short-Positionen hat, sollte diese versuchen erst mal laufen zu lassen, denn wir bekommen, wie gesagt, ein paar wichtige, übergeordnete Unterstützungsniveaus. Allerdings kann es jetzt eben sein, und das ist auch sehr, sehr stark Headline getrieben, und ich hatte auch gesagt, der Angriff seitens Russland, das wird in meinen Augen, zumindest im Extrem, nicht über Wochen und Monate laufen. Jetzt wird angegriffen aus verschiedenen Situationen, teilweise wird eben die, die Küstenstadt Odessa, wird zum Beispiel vom Meer aus angegriffen, beziehungsweise aus den verschiedensten Regionen um die Ukraine herum, wird aktuell im Prinzip eine Invasion gefahren. Und das geht in der Regel relativ zügig, heutiger Tag, morgiger Tag, somit eben von meiner Seite erst mal keine Long-Trades, beziehungsweise werde ich mich da eh jetzt zurückhalten, da ich ja gar nicht im Büro bin, habe noch eine übergeordnete Short-Position, da muss ich mal schauen, die werde ich jetzt vielleicht ein bisschen managen, aber ansonsten habe ich eh nichts großartig laufen. Also das ist so ein übergeordneter Unterstützungsbereich. Und jetzt müssen wir mal ins Detail gehen. Wir gehen mal auf den Halbstunden-Chart oder schauen uns das Ganze vielleicht sogar mal aktuell auf 5-Minuten-Basis an. Wir haben aktuell eine 5-Minuten-ATR von durchschnittlich 61 Punkten. Das ist natürlich sehr, sehr hoch. Das hatten wir in den letzten Tagen auch wenig. Aber im Gegensatz zur Ukraine-Krise, zur Corona-Pandemie-Situation, wo wirklich es eine Situation gab, die wir so noch nie kannten, kennen wir leider Gottes Kriegssituationen. Nun kennen wir sie in Europa in diesem Maße jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber man wird jetzt, denke ich, in den nächsten Tagen strategische Strategie erkennen können in dem Angreifen von Russland. Und man wird eben sagen können, okay, das wird höchstwahrscheinlich so und so laufen, so und so laufen. Und dann wird man immer gucken. Sprich, sobald die Situation klarer und klarer wird, wird in meinen Augen der Fall nach unten mehr und mehr abgebremst. Und dann denke ich, können wir auch schon in den nächsten Tagen und Wochen, auch mal zumindest erst mal im kurzfristigen Bild immer wieder mit der Long-Seite auch arbeiten. Und dann werden wir mal schauen, wo sich am Ende die Märkte fangen. Ich hoffe, dass es nicht insofern eskaliert, denn er droht auch dem Westen, dass er sich nicht einmischen soll. Ansonsten würde es im Endeffekt eben auch stark gegen den Westen gehen. Das sind die Drohungen jetzt von Wadimir Putin. Wir müssen sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber das sieht jetzt erst mal doch dramatisch aus. Leider Gottes gehen wir nochmal über die anderen Märkte drüber. Und die halten sich verhältnismäßig. Der EURUS-Toll ist jetzt kaum nennenswert nach unten gekommen. Kommt jetzt sogar nach oben. Also das spricht jetzt eher wieder für den Euro. Die letzten, jetzt sind wir jetzt hier im Halbstundenschart, also die letzten drei Stunden zwischendurch auch mal abgeraucht nach unten in Richtung 1,12. Jetzt sind wir schon wieder im Bereich um die Marke 1,1250. Also der EURUS-Toller, der hält sich da noch wirklich sehr, sehr wacker. Und wenn wir jetzt mal auf den S&P 500 schauen, hier vielleicht mal auf den Tagesschart, da gab es gestern auch schon merkliche Abgaben, merklicher als im DAX. Somit zieht der DAX jetzt aktuell natürlich auch so ein bisschen nach. Aber wir sind hier auch aktuell erst mal auf den Bewegungstiefs, denn die Nachrichten sind noch nicht alt. Ja, die sind quasi erst in den letzten Stunden reingekommen. Schaut man sich den Goldpreis an, der ist natürlich nach oben explodiert. Und hier hatten wir gestern noch im Devisenradar uns quasi ein Szenario zurechtgelegt, zurechtgelegt, welches dann im unteren Bereich, also wir hatten uns mehrere Szenarien zurechtgelegt, unten der Kaufbereich mit dem Test, also quasi gestern der Kauf im Gold eigentlich wirklich ideal gewesen. Hier unten war ja der Gedanke, mit diesen zwei Grenzen den Goldpreis per Kauf. Wer das da quasi gestern nicht bekommen hat, hat sich dann eben hier sogar noch ein kleines Short. Und dann gab es den Breakout und den Retest. Und dann gab es hier nochmal ein Long-Signal. Wir hatten das besprochen, dass man da theoretisch sogar pyramidisieren hätte können. Also rein charttechnisch läuft es eigentlich relativ sauber, muss man sagen. Und wir haben jetzt quasi den Goldpreis aus dem Bereich 1.905 in dem Bereich aktuell 1.940 laufend. Also das sind jetzt 40 Dollar. Das ist jetzt zwar im Gegenzug zu den letzten Tagen schon eine starke Bewegung. Aber wenn wir mal den Tagesschart uns anschauen und jetzt hier mal schauen von der Bewegung her an sich, ist jetzt so richtig extrem extrem ist es nicht. Der DAX bricht natürlich mit am meisten. nach unten weg. Aber wie wir ja gerade gesehen haben, die US-Märkte haben das ja gestern am Ende schon getan. Nichtsdestotrotz ist der Markt jetzt erstmal am Laufen. Er ist im Krisenmodus, darf man nicht vergessen. Also man muss jetzt hier so ein bisschen die Normalität außer Acht lassen und wirklich schauen, okay, wie entwickelt sich das Ganze. Ich denke, dass wir da schon erstmal noch weiter Abgaben bekommen können in den Indizes. Euro, US-Dollar auch vielleicht erstmal wieder nochmal ein Stück weit nach unten. Und am Ende der Goldpreis, der kann auch definitiv weiter nach oben wandern. Wir hatten die Thematik Dollar 2000 in der vergangenen Woche. Schaut euch notfalls dieses Video nochmal an. Und da hatte ich ja auch schon darüber referiert, was kann passieren, wo kommen die nächsten schartechnischen Widerstände. Und von daher soll es das von meiner Seite jetzt erstmal gewesen sein. Leider Gottes, ja, mit wenig Headlines, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, sondern einfach nochmal auf die Märkte blickend. Und vor allem, wie gesagt, mit der Vorsicht, wir sehen es jetzt nur allein in dem Video, wo wir jetzt hier gesprochen haben, in den letzten Minuten, ist jetzt quasi der Markt aus dem Bereich, ja, wir waren gerade wieder oberhalb der 900er Marke, mal schnell wieder 100 Punkte, über 100 Punkte mittlerweile in den letzten Sekunden, schon wieder 30 Punkte nach unten gerutscht. Also hier ist starke Volatilität da. Achtet da bitte drauf. Passt eure strategischen Ansätze an. Und für diejenigen, die sich mit solchen Situationen, mit solchen volatilen Situationen nicht auskennen, Finger weg. Bitte Finger weg. Es bringt nichts, hier reinzugehen. Klar, man denkt, oh, der fällt, fällt, fällt. Ja, aber wie ihr seht, die Schwankungen sind so groß. Hier muss man definitiv vom Trading her extrem aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Es können auch intraday Gaps kommen. Und wenn es hart auf hart kommt und der Markt noch weiter einbricht, können denn auch, können es sein, wenn es richtig noch nach unten geht, dafür müsste es nur noch ein Stück weit nach unten gehen. Aber es kann sein, dass eben Handelsaussetzer kommen von der Börse, weil einfach die Abgaben so stark sind und dann können eben dadurch auch Gaps auftreten. Also bitte achtet darauf und macht vorsichtig. Und wir hatten die letzten Tage ja grundsätzlich darüber immer schon gesprochen, wie man mit solchen Situationen gegebenenfalls jetzt umgeht. In diesem Sinne, macht das vorsichtig. Ich versuche morgen früh vielleicht wieder nochmal kurz online zu gehen. In diesem Sinne, euch GoodTrade zu MegaTrading. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao. J.F.D. Just Fair and Direct.